Trier. So schön es sie auch ist, diese Schönheit ist vom Aussterben bedroht. Glaub mir, ich weiß wovon ich spreche. Meistens sind es die alltäglichen Dinge, die unser Klima gefährden und den Klimawandel weiter vorantreiben. Das hat langfristig auch Auswirkungen auf unsere Region. Doch wie beeinflusst zum Beispiel Ernährung das Klima? Wie kann man sich klimafreundlich fortbewegen? Welche Auswirkungen hat unser täglicher Konsum? Wie kann eine nachhaltige Energiewende aussehen? Viele Fragen für nur ein Dino. Lass uns versuchen, sie zu beantworten. Denn wir suchen dich als Multiplikatorin für Klimabildung in der Großregion. In einer Fortbildungsreihe der Bund Jugend Rheinland-Pfalz lernst du, was Klimawandel überhaupt ist, wozu wir Klimaschutz brauchen und wie du dieses Wissen an andere Menschen weitergeben kannst. Werde Teil eines vielseitigen Teams und unterstütze dabei, Kinder und Jugendliche in unserer Region über den Klimawandel und seine Folgen aufzuklären. Bewirb dich jetzt!